TSG Hoffenheim macht Angebot für Eintracht Manager. In der Fußball-Bundesliga könnte ein Umbruch im Managementbereich bevorstehen. Die TSG Hoffenheim hat offensichtlich ein Angebot für den Manager von Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, unterbreitet. Laut interner Quellen bei der TSG Hoffenheim sei man auf der Suche nach neuen Impulsen im sportlichen Bereich. Krösche wird als potenzieller Kandidat angesehen, um frischen Wind in die Mannschaft und die Vereinsstruktur zu bringen. Die Hoffenheimer Verantwortlichen hätten großes Interesse daran, die sportliche Leitung weiter zu professionalisieren. Krösche, der in Frankfurt bisher erfolgreich gearbeitet hat, spielt aufgrund seiner bisherigen Erfolge und seines Netzwerkes eine entscheidende Rolle bei dieser Neuausrichtung. Es wird gemunkelt, dass die TSG-Entscheider vor allem von seiner Fähigkeit beeindruckt seien, Talente zu entwickeln und Transfers strategisch zu gestalten. Insider berichten, dass die TSG Hoffenheim bereit sei, eine erhebliche Ablösesumme zu zahlen, um Krösche aus Frankfurt loszueisen. Hier der übersetzte Text. Dies würde sich in einen höheren finanziellen Rahmen fügen, als es üblicherweise im deutschen Fußball gesehen wird. Die Gespräche zwischen Hoffenheim und Frankfurt sollen bereits im Gange sein, wobei beide Seiten versuchen, eine Einigung zu erzielen, die für beide Seiten vorteilhaft ist. Die Eintracht hingegen könnte vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Die Rückkehr zu den europäischen Wettbewerben sei von großer Bedeutung und ein Wechsel Krösches könnte die Kontinuität gefährden. In Frankfurt sei man sich der Situation bewusst und bemühe sich, den Manager von einem Verbleib zu überzeugen. Gerüchte zufolge habe die Vereinsführung von Eintracht Frankfurt bereits Maßnahmen ergriffen, um Krösche ein attraktives Angebot zu machen, um ihn im Verein zu halten. Trotz der Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen bleibt der Ausgang ungewiss. Krösche selbst habe sich bislang nicht öffentlich zu den Geschehnissen geäußert, was Spekulationen anheizt und die Diskussion über seine Zukunft befeuert. Die Situation spiegelt wieder, wie dynamisch und unvorhersehbar der Fußballgeschäftsbetrieb sein kann, insbesondere in der aktuellen Zeit, in der viele Vereine auf der Suche nach Stabilität sind. Die Entscheidung könnte weitreichende Folgen sowohl für die TSG Hoffenheim als auch für Eintracht Frankfurt haben. Sollte Markus Krösche wechseln, könnte dies nicht nur die Teams, sondern auch die Strategien beider Vereine nachhaltig beeinflussen. Abzuwarten bleibt, wie sich die Verhandlungen entwickeln werden und ob sich Hoffenheim und Frankfurt auf einen Kompromiss einigen können, der beiden Seiten zugutekommt. Autorin Anita Farke, Montag, 30. September 2024. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017.